Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Stefanie Reich und ich bin die Autorin des Buches Viel zu nett und krank – Heilung in toxischen Beziehungen. Heute möchte ich ganz gern was aus dem Buch vorlesen, um einen Eindruck zu vermitteln, worum es in dem Buch eigentlich geht. Also wie der Name schon sagt, es geht um diesen Zusammenhang zwischen Menschen, die über ein gewisses Maß hinaus nett und immer freundlich sind. Im Englischen nennt man das auch das People-Pleaser-Syndrom oder es wird auch oft im Bereich Trauma davon gesprochen als Traumareaktion. Und dort im Englischen heißt es die Thorning-Reaktion oder auf Deutsch dann die Unterwerfungsreaktion. Ja, und gleich im ersten Kapitel heißt es dann auch schon, wenn du dafür lebst, von anderen akzeptiert zu werden, wirst du daran sterben, wenn sie dich ablehnen. Das ist auch tatsächlich, was viele letzten Endes dann erleben, weil viele sich so aufarbeiten in ihren Beziehungen oder an ihrem Arbeitsplatz oder in ihren Familien, dass von ihnen selber oft nicht mehr viel übrig bleibt. Dann geht es natürlich letzten Endes auch in dem Buch darum, dass Menschen, die viel zu nett sind, dann wiederum Menschen in ihr Leben anziehen, nahezu magnetisch anziehen, die sie dann ausnutzen wegen ihrer freundlichen Art und eventuell sogar dann schlecht behandeln, wenn sie nicht das von ihnen bekommen, was sie gerne haben möchten. Genau, und heute möchte ich ganz gern über diese Verausgabungsbereitschaft von Empathen sprechen. Empathen, ja, oder wie ich es dann eben auch oft sage, die viel zu netten Menschen, die einfach dazu neigen, sich sehr stark zu verausgaben. Ja, zum Thema Burnout schreibe ich in meinem Buch ja auch. Nur habe ich mich dann letzten Endes für einen Begriff entschieden, der das ganze Dilemma noch etwas genauer beschreibt. Und zwar gibt es da den Begriff der Gratifikationskrise. Und die bezeichnet ein Modell der Krankheitsentstehung aufgrund einer mangelnden Entschädigung für erbrachte Leistung. Das gibt es jetzt natürlich im Arbeitsbereich, aber das gibt es natürlich auch in Beziehungen und in Freundschaften oder in Familiensystemen. Und nach diesem Modell der Gratifikationskrise erkrankt eine Person dann, wenn sie sich stark verausgabt und dafür nicht in angemessener Weise entschädigt wird. Wenn der eigene Einsatz nicht durch entsprechende Belohnungen kompensiert wird, so entsteht dadurch das als Gratifikationskrise bezeichnete Krankheitspotenzial. Ja, und dann schreibe ich hier, dass das Modell vorzugsweise für das Berufsfeld herangezogen wird. Aber es werden dort auch Bereiche erforscht, die nichts mit dem Berufsleben zu tun haben, zum Beispiel bei Müttern und alleinerziehenden Müttern, weil diese trotz ihrer Verausgabung nur wenig Geld und Prestige bekommen. Und ich schreibe hier, ich halte das Modell deswegen für relevant, weil es das Dilemma eines viel zu netten Menschen aufzeigt. Einerseits wird ein hoher Einsatz eingebracht. Egal, ob im Berufsleben, im Beziehungsleben oder wo auch immer etwas eingebracht wird. Und andererseits fehlt die Belohnung beziehungsweise der energetische Ausgleich dafür. Und als Beispiele für den Einsatz, den diese, wie ich sie nenne, viel zu netten Menschen einbringen, sie erlauben und ermöglichen anderen, einen Vorteil aus der eigenen Freundlichkeit zu ziehen. Das kennt vielleicht jeder, hat jeder schon mal erlebt, man ist nett und freundlich. Und dann kommt jemand und nutzt es aus und sagt, ach, bei mir, ich habe noch das und das zu tun, das schaffe ich alles gar nicht. Kannst du da mir vielleicht was abnehmen? Und weil man einfach freundlich ist, sagt man immer, ja, mache ich, ja, okay, helfe ich dir. Und dann kommen die immer öfter und immer mehr. Und ja, der viel zu nette Mensch spielt den selbstgefälligen Verhaltensmustern anderen zu. Und das ist etwas, was ich in meinem Coaching mit der somatischen Achtsamkeit oft durchgehe. Denn wie geschieht das eigentlich, dass jemand, der da so selbstgefällig und selbstherrlich da sitzt und immer nur von sich erzählt oder immer nur von seinen Problemen und immer nur um sich selber kreiselt? Und wie kommt das, dass du als viel zu netter Mensch in diese andere Rolle kommst, diesen Zuhörer, dem Helfer, den Unterstützer, der, der immer alles demjenigen genehm macht? Sei es, dass du einfach nur in deiner Pause deinem Kollegen mal wieder zuhörst über seine Probleme, wo du eigentlich Pause machen solltest. Er, also er, der viel zu nette Mensch, erlaubt es anderen, einen mit Schuld und Scham zu manipulieren. Auch ein ganz großes Thema, oder? Also wie oft ist mir das schon passiert, dass mit so subtiler Schuld ich manipuliert wurde, Dinge zu tun, die ich gar nicht tun wollte. Schuld und Scham ist wirklich leicht in anderen hervorzurufen. Besonders von Menschen, die manipulativ sind und ja auch wissen, wo der andere vielleicht seine Schwachstellen hat. Der viel zu nette Mensch lässt seine Prioritäten durch die Vorgaben anderer bestimmen. Das heißt, bei seinem Anderer spürt er sich nicht, spürt sich nicht, was seine Bedürfnisse sind, und was er eigentlich gerade vorhatte, was ihm selber wichtig ist. All damit ist ein viel zu netter Mensch in einer vorliegenden Reaktion. Er spürt einfach sich selber nicht und kann dann auch seine Bedürfnisse nicht spüren. Dadurch kriegen die anderen natürlich ihren Fuß in die Tür und ja, schon bestimmen die, wo es lang geht. Der viel zu nette Mensch geht über die eigene mentale und körperliche Erschöpfung hinaus. Und das ist leider der Grund für den Titel meines Buches, eben viel zu nett und krank, weil dieses ständige über seine Kräfte und Ressourcen hinausgehen letztendlich dazu führt, oft, dass über diese Gratifikationskrise, weil es ihm ja letztendlich auch nicht gedankt wird, und was er da tut, dass er durch all das sich so verausgabt, dass er letzten Endes sogar krank werden kann. Er ist den Bedürfnissen anderen gegenüber hoch aufmerksam. Das ist einfach diese Empfänglichkeit, dass der ganze Radar, die ganzen Antennen sind auf das Umfeld gerichtet, weil der viel zu nette Mensch, der empathische Mensch hat das so gelernt in seiner Kindheit einfach auf die Bedürfnisse anderer zu reagieren. Da gibt es ja nach diesem Traumamodell von Pete Walker, worüber ich auch in meinem Buch schreibe, hat er das sozusagen als seine Überlebensreaktion entwickelt. Das sind Verhaltensmuster, immer darauf zu schauen, wie es anderen geht. Ja, und das hat ein Empath oder viel zu netter Mensch so tief in sich verinnerlicht, dass das wie in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und darum spürt er auch viel mehr, was bei anderen los ist. Ja, das ist eine besondere Fähigkeit dann auch einerseits, wenn er in seiner Kraft ist, dieser Mensch. Aber wenn du da nicht in deiner Kraft bist, dann lebst du wahrscheinlich nicht sehr gesund. Er übernimmt Verantwortung anderer, die diese als unangenehm empfinden. Wer kennt das nicht? Ich glaube, da sind auch ganz besonders Frauen gerne dabei, die dann ständig alles übernehmen dürfen, arbeiten gehen, den Haushalt führen, die Kinder erziehen. Es gibt aber auch Männer, die für alles zuständig sind, während die Frau nur noch auf der Couch liegt oder im Beauty-Salon. Also es gibt alles von allen Seiten. Das gibt es auch oft im beruflichen Bereich, dass sich dann der Kollege immer schön ausklingt und alles, die ganze Arbeit an einem hängen bleibt. Oder die Kinder von viel zu netten Menschen, die sich auch darauf ausruhen, dass ihre Eltern ja so nett sind und die auch genau wissen, welche Strippen sie ziehen müssen bei ihren Eltern, ja, damit sie dann alles so bekommen, wie sie es gerne haben möchten, so bequem, wie es halt eben irgendwie geht. Dann, er fühlt sich zuständig, die Wut anderer zu besänftigen. Das ist auch ein ganz typisches Merkmal, die Wut anderer besänftigen. Das ist allerdings auch etwas, was ganz automatisch entsteht, wenn man mit einem toxischen Menschen zu tun hat, da diese ja oft sehr aggressiv, also in der Kampfhaltung sind, und die sind sowieso grundsätzlich sehr wütend, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie es gerne hätten. Und dann entsteht ja dieses bekannte Walking on Eggshells, also wie auf Eierschalen laufen, dass man Angst hat, mit jedem Wort, mit jeder Bewegung, mit jeder Geste könnte derjenige hochgehen und dann traut man sich schon gar nichts mehr zu sagen. Also in der Gegenwart von toxischen Menschen, da wird jeder zum People Pleaser oder zum viel zu netten Menschen, ob er das sein möchte oder nicht. Dann, er hält eigene gute und hilfreiche Perspektiven dominanten Personen gegenüber zurück. Ja, das ist leider auch etwas, was viel zu nette Menschen oft tun. Die haben nämlich sehr oft gute Ideen und Eingebungen oder eine gute Intuition. Und wenn da jemand steht, der sagt und behauptet, er weiß das alles besser, sei es ein Chef oder Kollegen oder ein Partner, die Eltern oder wer auch immer, irgendjemand kommt und sagt, na, ich weiß das und so machen wir das, dann halten sich diese oft weißen Menschen zurück. Leider. Es ist leicht zu erkennen, dass der Einsatz immens, um nicht zu sagen, übernatürlich ist. Im Modell der Kartifikationskrise gibt es in Bezug auf den Einsatz den englischen Begriff Overcommitment. Und Overcommitment, das ist eine übersteigerte Verausgabungsbereitschaft. Und das ist die Tendenz, sich selbst zu verausgaben, ohne Rücksicht auf die eigenen Ressourcen. Genau. Und gerade, weil der Einsatz so sehr gegen das eigene Selbst und eigene Bedürfnisse geht, wird er auch als sehr hoch von dem viel zu netten Menschen empfunden. Also der viel zu nette Mensch hat wirklich das Gefühl, der weiß, er gibt da viel. Er gibt wirklich viel von sich her. Er gibt sich auf. Er kümmert sich nicht mehr so sehr um seine eigenen Bedürfnisse, sondern eher um die der anderen. Er stellt sich total zurück, übernimmt oft Verantwortung für Dinge, für die er gar nicht verantwortlich ist. Das heißt, so viel kommt von seiner Seite, aber leider in der Regel nicht von dem, der den Einsatz erhält. Und für denjenigen zeigt sich dieser betriebene Aufwand als eher dienlich, selbstverständlich und sehr bequem. Daher könnte man bei toxischen Menschen auch von einem Missing Commitment sprechen, also einer fehlenden Bereitschaft, sich verantwortungsbewusst einzubringen. Der große Raum, den der viel zu nette Mensch dem anderen gibt, wird gerne vollends ausgefüllt, sodass nichts mehr für den anderen bleibt. Weiterhin vermittelt der viel zu nette Mensch dem anderen das Bild, und dass dieser so bedeutungsvoll sei, dass nichts und niemand wichtiger wäre, was natürlich sehr schmeichelhaft ist und besonders für jene Menschen, die sehr gerne nehmen und sich für den Mittelpunkt des Universums halten, ist das natürlich besonders attraktiv. Beide Seiten glauben an die Selbstverständlichkeit dieses Einsatzes des viel zu netten Menschen. Was sollte nun bei diesem hohen Einsatz an Belohnungen zu erwarten sein, wenn man so nett ist und so viel für andere von sich hergibt? Zum Beispiel sehr hoher Respekt für die Selbstaufopferung dem anderen gegenüber? Wäre schön, gell? Uneingeschränkte Loyalität für all das, diese freundlichen, einschmeichelnden Verhaltensweisen. Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme gegenüber den Bedürfnissen und Interessen des viel zu netten Menschen, dass es mal zurückkommt, wie geht es dir eigentlich? Was brauchst du mal? Brauchst du mal Hilfe von mir? Besorgtheit um die Zufriedenheit des viel zu netten Menschen. Geht es dir eigentlich noch gut in dem Ganzen, was du da so tust? Wie der Gutmachung bzw. Ausgleich der Erschöpfungszustände des viel zu netten Menschen. Oh, ich habe ja gesehen, du hast die ganze Woche so hart gearbeitet. Komm, ich koche mal für dich und gehe einkaufen. Oh, du hast so viel gearbeitet. Ich erhöhe dein Gehalt oder nimm mal einen Tag frei dafür. Genau. Besorgtheit um die Gefühlswelt und Einsamkeitsgefühle des viel zu netten Menschen. Oh, es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit so fordernd und aggressiv zu dir war. Entschuldigung. Ja, ich sollte mir mal überlegen, wie ich selber besser oder mehr verantwortlich für meine eigene Zufriedenheit sein könnte. Und eingeschränkte Liebe, Treue und Engagement für die Beziehung mit dem viel zu netten Menschen. Wer sich auskennt, weiß, dass diese Belohnung nur im Märchen geschehen. Im wirklichen Leben läuft das ganz anders. Auch dann, wenn uns in vielen Märchen, Filmen und religiösen Geschichten immer wieder beigebracht wurde, dass sich diese Art von Selbstaufopferung auszahlen würde. Kennen wir alle, gell? Diese ganzen Filme. Also ich bin, weiß nicht, ich könnte diese ganzen Geschichten aus dem Religionsunterricht, wie andauernd irgendwas geteilt wurde und die nächste Wange hingehalten würde und so weiter und so fort. Ja, immer schön großzügig sein und nur die Armen gehen durch das Nadelöhr am Ende und so weiter und so fort. Ja, aber es geht auch nicht darum, dass man jetzt hartherzig und egoistisch werden müsste. Selbst wenn einige empathische Menschen irgendwann an diesem Punkt kommen, also ich glaube, ja, an dem sie verbittern und einen starken Groll ihren Mitmenschen überentwickeln, also ist nachvollziehbar, gell, dass man da einen Groll entwickeln kann. Es geht darum, was es mit deinem Umfeld macht, wenn du es mit einer grundsätzlich guten Eigenschaft zu weit treibst und darum, dass wahre Liebe und ein gegenseitiges Geben und Nehmen auf dem Grundsatz von der Freiwilligkeit beruht, was die meisten von uns schon in früher Kindheit und in ungünstigen Familien Konstellationen verlernt haben. Frage In meinem Buch gibt es immer solche Frageabschnitte. Das sieht dann so aus. Da sind dann Linien. Da kann man entweder reinschreiben oder man benutzt es einfach für sich als Anzeichen. Hier wäre jetzt eine Möglichkeit, in seinen Journal reinzuschreiben. Wie sehr und in welcher Beziehung verausgabst du dich regelmäßig und wie ergeht es dir anschließend? Und das ist etwas, das bearbeite ich dann mit meinen Klienten in meinem somatischen Achtsamkeitscoaching. Da spüren wir dann in den Körper rein, wo sitzt das alles? Wo sitzt diese Überfreundlichkeit, diese Bereitschaft, sich zu sehr zu verausgaben? Was macht das im Körper? Denn da sitzen die Traumata. Und die Traumata, wie gesagt, sind die Ursache von diesem ganzen Verhalten. Und zwar Traumata nicht im Sinne von, dir ist mal was ganz Schlimmes passiert, sondern hier geht es wirklich um dieses Entwicklungstrauma, oft um Vernachlässigung, dass du als Kind deine eigenen Bedürfnisse schon gelernt hast, zurückzustellen dafür, dass es dann Mama oder Papa besser ging. Dass du einfach immer nur geschaut hast, was muss ich tun, damit es meinen Eltern gut geht? Oder meiner Mutter? Oder meinen Vater? Ja, das lag vielleicht als Kind auch schon viel zu sehr in deiner eigenen Verantwortung. Oder du warst auch schon immer viel zu sehr verantwortlich für dein eigenes Wohlergehen als Kind, weil du vernachlässigt wurdest und vernachlässigungen. Das schreibt ja Pete Walker in seinem Buch über komplexe posttraumatische Belastungsstörungen. Die emotionale Vernachlässigung wirkt sich oft noch viel schlimmer aus, als geschlagen worden zu sein. Oder solche Traumata, die, wenn wir die hören, solche schlimmen Ereignisse, wo wir denken, oh Gott, ja sowas Schlimmes habe ich ja nicht erlebt, bei mir kann es nicht so schlimm sein. Aber Pete Walker schreibt immer wieder ausdrücklich, dass die emotionale Vernachlässigung eine der traumatischsten Prägungen ist, die man erhalten kann in seiner Kindheit. Und da schaue ich zusammen mit meinen Klienten hin. Das heißt, wir spüren da rein, wo sitzt das in dir? Woher kommt diese Bereitschaft, dich zu verausgaben? Warum bist du so nett und freundlich? Und wie können wir dem begegnen im Körper? Denn Trauma sitzen ja im Körper und weniger in unserer Erinnerung. Das ist ja auch etwas, was uns in der Gesprächstherapie immer wieder weiß gemacht wird, dass wir, wenn wir nur reichlich darüber reden, wird das schon besser. Nein, das wird nicht in der Gesprächstherapie besser. Jahre lang habe ich das versucht und also da spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung. Ich habe dann Stück für Stück andere Therapien kennengelernt, immer weitergekommen und bin jetzt letzten Endes bei der somatischen Achtsamkeit angekommen von Lynn Fraser und muss sagen, das ist die einzige Methode, die mir da wirklich geholfen hat in meinem Leben. Deswegen biete ich das jetzt auch anderen an und wenn dich das interessiert, nimm einfach Kontakt zu mir auf. Wir können zusammen da rein spüren, erfahr das mal. Das ist wirklich ein magisches Erlebnis, sehr befreiend und ermöglicht einen tatsächlich, sich aus diesen Automatismen heraus zu bewegen. Wie man eben nicht mehr aus diesen Traumareaktionen heraus ständig wie im Autopilot durch das Leben fährt und gar nichts mehr wirklich aus eigenem freien Willen entscheiden kann. Und das betrifft wirklich diese viel zu netten, empathischen oder wie im Englischen People Pleaser ganz, ganz, ganz arg. Der Link zu meinem Buch ist in der Beschreibung unten drin. Da stehen noch viele weitere sehr spannende Sachen über viel zu nette Menschen dran. Und ja, ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Son. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020